Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Ghost Exile mit Sarni und Malfas. Hallo. Das habt ihr aber schön gesagt. Ja, manchmal. Ich habe jetzt mal eine Frage, das Siegel der Aktivität, ist das irgendein Siegel? Ne, das gibt wohl... Ah ne, Siegel des Parfumates. Wenn der Geist nicht aktiv ist, benutze diese Siegel, um die Aktivität zu steigern, muss aber Aachen der Lieblingsraum bezeichnen. Mhm, und denen müssen wir erstmal finden. Überall Schmerztablette. Schon wieder so hin, ja. So, ich mach mal das Stromohr. Und die Heizung. Na ja, wir haben ja jetzt recht Mikrofon. Müscht mir das hier fehlen. Mann, Arschloch. Ich hasse das. Haha. Also, ich habe Ausschlag. Wo? Nicht am Körper, aber am EMF. Wo bist du denn? Oh, Henna. Das zeigt dir nur auch, wo du hier musst. Ja, mache ich doch gerade. Jetzt ist es schon wieder weg, aber ich glaube doch... Wir haben auch wieder Frühstücksflocke mitten im Regal. Also, nix mit Küche. Wir sind die Schublade oft, die noch anders oft haben. Wir sind die Schublade oft, die noch anders oft haben. Geil. Umso in Arsch habe ich 12,2. Das war so wahr. Wo bist du? Ich weint. Ich höre nichts. Das Baby? Boys Bedroom. Boys Bedroom. Boys Bedroom ist er. Weiner kommt aber aus dem Bad hier. Ich wähke hier keine. Wo ist das? Baby Weine war das? Garage. Okay, das hat er nicht gewollt, die Frage. Lager. Boys Bedroom. Oh, hier. Ich habe einen Ausweis. 50,8 Grad. Das ist ja gleich momentan halt hier. Fingerabdrücke. Oder, ne, warte mal. Spuren von Ektoplasma. Ich weiß nicht, ob das Fingerabdrücke oder Spuren von Ektoplasma sind. Kann doch mal jemand gucken. Wo dann? Du an der Tür. Ich schmeiß mir die Lampe. Das ist ein Fingerabdrücker. Würde ich sagen. Oh Gott. So, Beweise. Fingerabdrücke. Naja, Spuren von Ektoplasma sind Fingerabdrücke. Es gibt keine richtige Fingerabdrücke. Okay. 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 Wie setzt man die Kamera so schnell hin? F. F. Dann kannst du mit linker Maustauscht ausrichten. Und, ähm, wieder F. Wo bist du? Bist du hier? An ihr die Feuerzeuge? Nein. Hm. Was sind die Welche im Haus normal? Ja. Irgendwo habe ich eins gesehen. In der Schublade. Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? 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 Wo bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Bist du hier? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Boah, du hat aber die DNA mal zugehauen. Also, ich habe Ausrufezeichen aufm Diktiergerät. Ja, dann musst du rechte Maustaste machen und dann musst du gucken, ob das Geister Ding ist, oder nicht. will ich jetzt schon behaupten also diktier gerät revenant oder mara schreibende muss schreiben das buch rebenant Ich bräuchte mir ein Ort und verömmere Infrarot-Bewegungsmelde. Er hat ins Buch geschrieben. Wie geht denn das? Da, 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 da. Geisterbuch. Okay, dann stimmt irgendwas anderes nicht. Dann mach mal das Diktiergerät weg. Was hast du denn jetzt gehört? Geisterbuch. Also Spur von Ektroplasmatemähe auf jeden Fall. Aber, oh, die Kamera hat sich bestellt. Die Katz hat er schon mal ausgepostet. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Entschuldigung, ich muss gerade die Kamera zurückstellen. Also Piru oder Obake? Wie alt bist du? Wo bist du? Ach, er will es einfach nicht sagen. Wo bist du? Wo bist du? Für Obake bräuchte mir Arbewegungsmelde. Und für Piru bräuchte mir Arbe. Wo bist du? Er zeigt's door an. Irgendwas hat er gerade gemacht. Das wäre dieses... Nee, ich war... ...kritt. Du hat was gepiept. Wie alt ist. Hm. 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 Machen wir gerade im Kinderzimmer, im Boys Room, das Licht aus. Bin ich auch weiferschrock. Ein Schlafzimmer war er gerade. Und der ist irgendwo aufgegangen. Also mein Hund sind kein guter Beschützerhund, muss ich euch sagen. Warum? Wenn ich Grounded spiele auf Lautsprecher und sie hören die Ameise und alles, fangen sie an zu bellen. Wir beschützen dich. Und ich schreie da auf und keine Reaktion. Die Mama sterbt. Aber ist nicht so schlimm. Sie sterbt. Wo ist dein Lieblingsraum? Willst du eine Zahn, ne? Welches ist dein Lieblingsraum? Was ist dein Lieblingsraum? Da ist schon wieder Brief. Irgendwo ist nochmal Brief. A piece of shit and not a toy. Turned out that everyone has had something cooler for a long time. I will keep it as a memory of how they don't like me. What's your favorite room? Welches ist dein Lieblingsraum? Wo bist du? Oh, ich glaube mir gerade der Weg ist für den Song gehabt. Der hat sich an der Song gehabt wie so ein Shareboys-Bedroom. Ich habe dort der meiste Ausschlag im ... Also, ich glaube, das ist auch sein Favorite Room. Man kann das so ganz einfach ausprobieren, indem er es Siegleaktivitäten zeichnet. Mach ich gerade. Achso. Entschuldigung. Also, mach ich gleich. Ich bin schon unterwegs. Gut, dann haben wir Obake. So, dann bleibt Moana im Wagen und schaut, ob ... Ob sich was tut, ja. ... das durchgestrich wird. Früher lege ich muss Crucifix noch dünnen. Also, Aufwand zu Ja, kann man da vielleicht davon abhalten. Nein. Okay, dann, let's do the four. Okay, dann, let's do the four. Mhm. Was getan? Nischt. Garage. Auch nicht? Nein. Jetzt ist der Sprühdurst leer, ne? Mhm. Aber wir haben noch eine. Ich hab noch eine Kf gehabt. Mhm. Na gut, aber ... Crucifix macht ja gar nix, ne? Das habt ihr überhaupt nix gemacht, das Crucifix. Okay, fangen wir einfach mal mit dem Ritual an. Und dann gucken wir, vielleicht finden wir, wie wir das Ritual of the good soul machen müssen. Vielleicht ändert sich dann was. Am besten im ... im Boys Bedroom, ne? Das Ritual. Wir wissen jetzt, das ist mein Lieblingsraum. Warte mal Beweise. Obaka haben wir gesagt, gell? Das Heiligritual von Derrott. Derrott. Schädel drei Kerzen. Schädel drei Kerzen. Gut, Schädel hab ich. Oh, wir brauchen das Siegel von Ahmet. Ne, ich würde da in der Mitte machen, das sind wir am zentralsten für die Portalen. Also da, da machen wir's, weil da hab ich das andere hier gezeichnet. Mhm. Was meint, das ist ... Zweckatze brauche ich noch. Entschuldigung. Tricks. Oh, the ghost exile. It is necessary that there will be one player in the house. Okay, also Connie und ich müssen raus. Ganz raus? Ja. Und doch Futter vom Geist machen. Das wär zu schnell dann nix. David White. Bebe vor Angst. Katze ausgemacht. Wie alt ist er? Wenn der Name Christus gerufen wird. Keine Ahnung, was ich das wissen. Okay, Portale. Schließen. Das ist nur Ends anscheinend. Gehen wir wieder raus. So. In dessen Anblick die Hölle erzittert. In dessen Anblick die Hölle erzittert. In dessen Anblick die Hölle erzittert. Schließen. 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 Er will net. Schließen. So, jetzt. Raus mit euch. Ist hier gut. Wie er uns rausschmeißt. Kleine Emo. Wer ist da so? Kerl. Was macht denn da so komische Geräusche? Ich will es gar nicht sagen. Oh Gott, scheiße. Der macht mir Angst. Ach, er hat noch nicht. So. Honouring of the good part of the ghost. Ich würde Master Bedroom benutzen. Ah, warte mal. Ich hab da jetzt das Symbol. Wo ist denn eigentlich schon wieder dieses verkackte Parabol-Mikrofon? Ich hab's doch. Müsste eigentlich hier sein. Wir probieren's jetzt hier. Und wenn's nicht geht. Oh, warte mal. Der Jadjo. Sind wir bereit? Katja, wenn du das Ding draufstellst, du brauchst einen Flugplan. Ja, hab ich schon. Bereit? Gut. Ja. Es stimmt. Es stimmt. Gut. So, haben wir ihn wieder raus. So, soll ich sich noch schnell das Siegel der Aktivität zeichnen? Und wenn noch Sprühdoros Hosch wieder funzt. Ich guck mal, ob's funktioniert. Geh raus, du Dämon. Portale. Ist trotzdem nicht abgehakt. Schließen. 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 Ich glaub, das war nur das eine. Das sind wenig Portale diesmal. Sei froh. Um die Feinde der Kirche zu zerstören. Wir beten, damit du uns erhörst. So, jetzt hab ich ein paar Portale. Schließen. 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 schließen wir müssen einfach nur schließen sein und dann das stehbleibe bei gewissen zeit ließen schließen er das dauert immer ein bisschen der hat gesagt ich will nicht schließen warum auch immer da noch mal raus raus aus dem geist aller unreinheit wenn wir jetzt alle an dem scheiß bei der rumgemacht hätten höhere Schwierigkeitsgrade Also, ich schick's ab, ja? Ja, war richtig Schau los Das gibt 345 Geld Gold Dann, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal.